Hallo Leute und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beam in the Drive Ja und heute gibt es mal wieder ein neues Fahrzeug das es schon längere Zeit gibt, ich habe auch gleich ein Skin drauf gezogen ist aber auch nur eine Modifikation für schon ein schon vorhandenes und zwar wo ist er wo ist er der Ibishe Covid Qwet auf jeden Fall Ibishe Covid MRI oder MRI wenn man ihn so sprechen will gibt es in drei verschiedenen Varianten, Default Turbo und Rally, nehmen erstmal die normale ich hoffe das ging geht natürlich wie immer nie getestet und alles und eigentlich sollte der rot sein egal im Blau sieht er auch immer geil aus würde ich mal sagen Blau sieht so ja ziemlich geil aus ach wahrscheinlich weil die Standardfarbe egal ich finde das sieht geil aus das könnten ihn sozusagen rein theoretisch auch gelb machen oder den Covid gemacht ja das ist nämlich die Covid-Fabe ja der hat den Motor hinten und nicht vorne und sieht deshalb auch leicht anders aus im Inneren und ich muss sagen wir werden das Ding erstmal schön zu Grunde crashen Yokohama das hätte schon mal eine krasse Beschleunigung oh scheiße ist das das Auto ist ja klar weil der Motor hinten ist, das bricht sich natürlich schnell aus hinten ist schwer und natürlich schwer ist wenn wir jetzt lenken das ist schlimm das ist schlimm oh man dann müssen wir gleich auf eine andere Version wechseln die mehr Kraft hat boah und auch schöne Beschleunigung an unserem schönen Covid so sieht echt gut aus so einer hat mir noch nie glaube ich so eine Beschleunigung am Covid so dann werden wir jetzt hier mal zur Turbo Edition wechseln so knallen wir noch gegen die Wand White Body Edition so die hat auch noch viel bessere Beschleunigung boah das Ding ist vielleicht geil zum Driften aber zum richtigen Fahr also Radies fahren kann ich mir mit dem nicht vorstellen gehen die Lichter da vorne eigentlich ja die gehen sogar das ist ja geil das ist echt cool boah man kann das Ding gar nicht kontrollieren zumindest mit einer Tastatur weil der Seck einfach so leicht ausbricht so da wird gar nicht das Heck das Dach so belastet also können wir jetzt gar nicht testen ob das so viel gebracht hat der Überrollkäfig klar wir sind auch übergerollt heute aber wirklich gebracht hat es also wirklich ein Unterschied kann es jetzt eigentlich nicht groß gemacht haben sie aber erstmal gucken weil Turbo Engine ist drin Turbo Upgrade ist drin hatte nicht Turbo Charger interessant so wird jetzt einmal ich bin guck ich stehe jetzt mal der war böse der Crash aber sieht schön aus so ich weiß mal und dann denke ich einmal ein einmal eingelegt ich hab jetzt für dich mal eine Sekunde die Taste angetippt und schon fällig jetzt auch die Kontrolle angetippt und er war dabei die Kontrolle zu verlieren bevor ich dann weitergelegt hab und wir haben unseren Reifen anbogen bestätigt glaube ich aber mit dem Ergebnis geben sich krasse schöne und spektakuläre Crashs so komm wir drücken jetzt einfach noch einmal rechts und wenn manche Gegner beschützt wird sofort schießen also das Auto ist eins wofür ich mein Gefühl brauche denn die ist natürlich auch denn die ist natürlich auch wie immer unten in der Videobeschreibung aber ich empfehle euch wirklich da einen Controller zu haben so und jetzt bitte mal Dach belasten so ich denke mal man kann sagen es wird weniger belastet ist ja auch so weil alles das nette Teil hier abfängt aber wirklich den Crash der das belegt den hatten wir da nicht oh das klingt so gut aus wie das Auto ist nicht mehr was abgerissen, nur verbogen dann wäre jetzt einfach so 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 jetzt haben wir uns eindeutig überschlagen zwar nicht stark aber das Dach ist gar nicht eingebeult also es hat was gebracht jetzt habt ihr den lebenden Beweis ich schnaufe der nach rückwärts Kamera bitte lass mich da lang gucken wo ich hin will so jetzt einfach einmal rückwärts Crash oh jetzt erinnere mich ah das ist ein Mazda an den er mich erinnert ich weiß nicht ob das Mazda ist hier ist glaube ich ein Mazda an den er mich von hier erinnert von hier ich weiß nicht genau ob das Mazda ist das Auto da hat man halt dieses Quietschen das ist der Tastatur Einschub eines Schreibtisches der nicht mehr der Neueste ist auch schon mal repariert werden musste und ja so und jetzt ein bitte einmal rüber und aufs Dach wenn es geht natürlich nicht der fliegt nicht mehr aufs Dach das ist scheiße warte mal vielleicht kann man es aber provozieren F7 nein oh was machst du denn ich sag F7 das macht der F6 gar nichts so 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 ist der schön 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 mal gefahren so und jetzt einfach irgendwo hin platzieren wo er sich noch ganz bisschen dreht so etwa Zeitlupe anmachen Zeitlupe anmachen F7 Zeitlupe und so so aber jetzt hat man es auf jeden Fall ich weiß es macht einen Unterschied darüber okay wie ist der denn jetzt verbogen n nö sieht nicht so aus das war nicht so nett das war nicht so nett du willst du mir liebte das zog uns einfach mal eiskalt hoch es ist nicht mehr eben zu kurz ist ein hoch so jetzt lustig das ist einfach nur leicht nach hinten wenn wir auch so nach hinten beschleunigt nach oben egal darum geht es jetzt nicht wir wollen den Ibisu Covid MRI in der Rallye Edition bitte aber auf jeden Fall geht es nicht so schlimm aus wenn wir crashen als wenn wir crashen gegen einen Baum und wir crashen man sind wir weit gekommen schon haben wir den Überschlag das muss peinlich sein stelle ich mal vor ihr seid so Rallye Fahrer fahrt einmal kurz, knallt schon mit dem Heck gegen den Baum und schon seid runter nach 5 Metern Strecke oh Gott das Ding ist ja schlimmer als alle anderen Autos zusammen ich kann mir besser mit dem Chilica äh nicht Chilica mit dem Bowlight fahren so ich will erstmal so den Wagen positionieren und danke so nein 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 dann dann okay o gott oh Gott das war knapp dann sind wir kurz um den Rand gefahren Auffassen, auffassen, auffassen. Wir wollen jetzt hier nicht quatschen. Wir sind gerade an der Seite der Strecke lang gefahren. Schräg. Das wollen wir jetzt nicht hier verpassen. Komm mal, fahr dich raus, Mann. Komm da raus. Ich will nicht versorgen. Nein, die hängt da hinten. Jetzt müssen wir weiter reinfahren, um wieder rauszukommen. Das ist ja auch ironisch. Das Rad ist weggepackt. Da müssen wir ihn jetzt wohl einmal hier reloaden. Also nicht weggepackt, sondern... So. Es hat sich verdreht. Weil wir so hin und her gefahren sind. Wir tun so, als wäre das nicht passiert. Wir fahren jetzt hier weiter. Aber wir wollen hier schon crashen. So, jetzt ist das Licht zu schnell. Oh. Und hier wieder gleich rein. Mann, das klappt aber super. Oh, 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 oh. Das war... ...wieder mal zu knapp. Boah, ist das schwer, ein Auto zu fahren, das sich leicht überschlägt, aus dieser Perspektive. Boah, oh. Da sind wir erstmal schön gegen die Front, aber das ignorieren wir einfach mal. Lichter gehen ja noch, die einen vorne. Die Hauptlichter, sag ich mal. Boah, scheiße. Nein, nein, nein. Naja, dann reload was jetzt hier. Ich will diese Strecke einfach mal komplett lang fahren. Ist jetzt egal, ob wir jetzt dabei crashen oder nicht. Okay. Da sind wir schon wieder mit dem Einrad, sprich dem vorne rechts. ...über dem Graben gewesen und jetzt fast reingerutscht. Aber noch gerade so davor. Abgebremst und wieder vorwärts rausgefahren. Nein, 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 nein. Böser Graben, böser Graben, böser Graben, böser Graben. Stein könnten wir schon mal umgehen. Jetzt müssen wir aber auch wieder raufkommen, ohne uns zu groß beschädigen, um ein Auto zu wollen. Und das klappte sogar. So, jetzt geht's nochmal geradeaus. Böse Beschädigung. Jetzt, das war nicht so nirgendwo freundlich. So, das heißt, we reloading him here. So, Ibicho. Ja, ist mal schön hinten in den Graben. Das wird sich das Schlauste. Kurve nicht zu groß fahren. Gut. Nicht zu weit fahren. Nicht zu groß. Nein. Oh, 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 nein. Da. Aber besser mit dem Heck gegen als mit der Front. Lenken geht jetzt zwar hinten. Oh, fahren geht gar nicht mehr. Boah, jetzt müssen wir echt alle paar Sekunden neu starten. Ich stelle einfach mal das normale Licht ein, das realistische. Ich glaube, das hat ja noch beide Rallye-Licht an, oder? Nehme ich mal an. Boah, diese Strecke ist schon hart mit dem Wagen. Also der Wagen ist auch bescheiden zu steuern mit Tastatur. Wie gesagt, man drückt einmal eine, einmal lenken und schon bricht das Teil aus. Und jetzt stelle ich mal vor, wo man hier mit 60 oder 80 eine kurvige Sandpiste langfährt. Dann ist es nicht leicht. So, wir haben es geschafft. Wow. Jetzt sind wir hier nochmal gegen. Das gibt es doch nicht. Egal. Dann so. Nein. 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 Das gibt es doch nicht. Stell dir mal vor, ihr seid jetzt hier die Boxen-Crew. Und seht dann, wie euer Fahrer einfach mal nochmal eiskalt hier reingefahren ist. So, bitte einmal wenden. Und dann werden wir jetzt in die Box fahren. Und dann auch die Folge beenden. So, ich habe einen kleinen Drift noch hingelegt. Aufpassen. Und in die rechte Sparte, die rechte, ja. In die rechten. Och, Leute. Wer hat dann diese Scheiße konstruiert? So, eindeutig nicht perfekt gemacht. Und da beim ersten Mal gleich reinzufahren. Aber egal. Dafür ist er ja auch nicht da. Naja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Und da beim ersten Mal. Und da beim ersten Mal. Vielen Dank.